29.800 Franken habe ich diesen Monat wieder mal mit meinem Aktienportfolio verdient und es wird einfach immer nur verrückter und verrückter aktuell. Das Tipo-Update vom Monat Oktober 2022 soll pünktlich wie immer online gehen und ja, vorheriger Monat lief es ziemlich schlecht, diesen Monat lief es deutlich besser als erwartet. Ist die Krise vorbei oder ist das einfach nur ein kleiner Aufschwung für den nächsten größeren Abschwung? Das schauen wir uns heute an. Ich bin euer Thomas aka Sparkojote und das Tipo-Update kommt wie immer monatlich, regelmäßig auf euch zu. Für alle unter euch, die gerne auch auf meinem Blog vorbeischauen, da kommt nämlich das Tipo-Update, respektive das Portfolio-Update immer ein bisschen früher und zwar immer am letzten Tag des Monats, hier zum Beispiel am 31. Oktober 2022 und da seht ihr auch nochmal alle meine Käufe zusammengefasst. Dividenden und Co. könnt ihr euch gerne dort anschauen. Wenn ihr ein bisschen early den Sneak-Peak haben wollt, aber für alle anderen, die gerne auf YouTube unterwegs sind, gehen wir doch direkt jetzt einfach mal ins Portfolio-Performance rein und da, siehe da, das Delta für den aktuellen Monat 2022 Oktober ist 29.805 Franken plus. Die absolute Veränderung 36.500, das bedeutet, ich habe diesen Monat 6.700 Franken ins Portfolio rein gebuttert. Ganz eine ordentliche Menge, das ist deutlich über dem Median-Nettogehalt hier in der Schweiz. Darum, ich bin da super dankbar, dass es weiterhin auch gut möglich ist, hier für mich gute Investments zu tätigen. Aber umso mehr freut es mich, dass ich durchaus diesen Monat wieder etwas nach Luft schnappen kann, denn mit knapp 30.000 Franken Gewinn, auf Papier zumindest, lebt es sich ganz gut. Wobei, so schnell wie man die Buchgewinne verlieren kann oder gewinnen kann, gehen sie auch schnell wieder weg oder kommen zurück. Darum, ganz eine angenehme oder weniger angenehme Sache, je nachdem, wie man es sieht. Aktuell ist das Portfolio bei 484.400 Franken. Schwer, das heißt, mit den kommenden Einzahlungen und sollte die Börse nicht weiter wieder gegen Süden gehen, sollte ich wieder die halbe Million bis Ende des Jahres, bis Ende November, Ende Dezember knacken können. Wir werden es uns angucken, auf jeden Fall, denn es sollte doch noch einiges ins Investmentportfolio fließen, einige 10.000 Franken und dann wird es natürlich auch wie immer wieder ein Jahresfazit geben, dann im kommenden Jahr. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Insgesamt möchte ich einfach mal direkt in die Vermögensaufstellung gehen und da haben wir neben den ganzen Eingängen, die ich diesen Monat hatte, vor allem über Sparpläne hinweg und Co. eine ganz wichtige, wichtige Neuerung. Und zwar, der Daumen nach oben ist auf jeden Fall auch mit reingekommen. Darum smash den einfach unbedingt, denn der muss einfach ins Portfolio rein. Ohne den Daumen nach oben geht das Portfolio auch nicht nach oben. Ja, ich habe diesen Monat mehr oder weniger wirklich hauptsächlich über Sparpläne investiert. Das sind nämlich diese hier und zwar zum einen, wie immer, Lind und Sprüngli, LVMH, Unilever, den iShares MSCI Emerging Asia ETF, den Vengar Total World Stock ETF, Netflix, Intel und 3M. Das sind die beiden neuen Sparpläne, die ich mit reinbekommen habe. Da habe ich auch einen Blogpost dazu gemacht, wo ich genauer detailliert erklärt habe, wie das Ganze vonstatten ging. Und hier seht ihr es auch relativ gut. Neu fließen 100 US-Dollar monatlich in 3M und 100 Dollar monatlich in Intel. Aktuell habe ich sogar auch Meta auf der Watchliste für zukünftige Käufe. Und was auch hier mit drin ist, ist nämlich der Edelmetall-Sparplan oder respektive Gold. Aber das gucken wir uns aber nachher alles noch in Ruhe an. Darum bei der Vermögensaufstellung hat sich tatsächlich ansonsten nicht viel verändert, muss ich ehrlich zugestehen. Neben diesen Sparplänen ist natürlich wie immer der Vengar Fuzzi All World mit reingekommen. Da habe ich natürlich auch auf dem Blog hier den entsprechenden Post gemacht. Habe ich Mitte Oktober dann entsprechend auch eingekauft. Und wie ihr hier gerade auch sehen könnt, 25 Anteile zu 90 Franken, hat mich nur 2270 Franken gekostet. Und wie auch richtig erwähnt, eigentlich muss ich meine Investmentquote hier auf diesen ETF besonders, wenn er gerade günstig ist, eigentlich höher schrauben. Das heißt, kommenden Monat will ich wahrscheinlich 30 Anteile von diesem Vengar Fuzzi All World ETF kaufen, um einfach auch von diesem Dollar-Cost-Average-Effekt natürlich zu profitieren. Ich mache hier aktuell immer noch manuelle Käufe. Darum mache ich das Ganze manuell und packe dann einfach 5 mehr drauf bei meiner Order. Das heißt, ich kaufe einfach 30 Stück kommenden Monat im November und dann sollte das auch alles kein Problem sein. Und für alle, die übrigens auch Interesse haben, den Vengar Fuzzi All World monatlich regelmäßig manuell zu besparen und auch in etwas größere Summen investieren, kann ich euch wirklich wärmstens Swiss-Code empfehlen. Das ist mein persönlicher Hauptbroker, mein Hauptdepot. Dort habe ich praktisch mein großes Portfolio, was knapp 400.000 Franken groß ist und investiere da regelmäßig monatlich. Und mit dem Gutscheincode MKT-Sparkojote könnt ihr euch 100 Franken Trading Credits sichern, wenn ihr entsprechend 1000 Franken auf euer Swiss-Code Verrechnungskonto und Depot einzahlt. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank für den Support. Wenn ihr den Code verwendet, dann supportet ihr auch damit diesen Kanal, um da vollkommen transparent zu sein. Dann möchte ich auf jeden Fall gerne auch noch auf den Vengar Total World Stock ETF drauf zukommen. Und zwar habt ihr vielleicht gemerkt, dass der jetzt gerade bei You nicht mehr auffindbar ist, wenn ihr noch nicht in diesen investiert habt oder der Global Blue Chips in US-Dollar jetzt der VWRD ist. Das ist nämlich eigentlich der Vengar Fuzzi All World letzten Endes, der in US-Dollar notiert. Und da habe ich das für euch abgeklärt. Im Grunde genommen wurde dieser ETF ausgetauscht, weil eigentlich der VT, also Vengar Total World Stock ETF, nicht ein europäischer, sondern ein US-amerikanischer ETF ist. Und einfachheitshalber und auch wegen Regulatorien und Co. haben sie jetzt nun den Vengar Fuzzi All World mehr oder weniger gelistet auf der You-Plattform. Und wichtig zu wissen, für alle die, die schon einen Sparplan am Laufen haben für den Vengar Total World Stock ETF, soweit ich informiert bin, können diese Sparpläne weiterhin ganz normal ausgeführt werden. Ihr könnt die auch ganz normal weiterhin verkaufen. Nur, wenn ihr jetzt neuer Investor seid und vergebens nach dem Vengar Total World ETF sucht, dann findet ihr den nicht und könnt auch nicht in den investieren, sondern investiert dann letztendlich in den Vengar Fuzzi All World ETF, so wie ich das auch bei Swissquote tatsächlich mache. Mit dem einzigen Unterschied, dass der Vengar Fuzzi All World ETF, den ich bei Swissquote investiere, in Schweizer Franken notiert und ich ihn über die Schweizer Börse kaufe. Das ist aber ein kleiner oder feiner Unterschied, wo ich mir dann auch tatsächlich das Wechseln der Währung von Franken in Dollar spare und dadurch natürlich auch Gebühren spare am Ende des Tages. Vor allem bei größeren Summen kann das dann durchaus ins Gewicht fallen. Gucken wir uns einfach mal noch ganz kurz die Overview an zum Swissquote Depot. So sieht das gerade aktuell aus. Wie ihr seht, sind immer noch Vengar Fuzzi All World die größte Position, dann Apple, Omega Healthcare, Nestle, Alphabet, Nintendo, Nvidia, General Mills. Das sind so die großen Positionen. General Mills, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so mein Hidden Winner dieses Jahr. Ja, wir haben ja auch im Dividenden, respektive im Dividenden Donnerstag darüber gesprochen gehabt, ich und der Johannes, dass General Mills durchaus ein interessantes Unternehmen ist. Und ja, General Mills geht gerade ab wie eine Luzi, muss ich ganz ehrlich sagen und reißt mir richtig viel Performance mit. Und ja, 200 Anteile besitze ich davon. Hätte ich mal noch mehr gekauft, aber im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer an dieser Stelle. Dann schauen wir uns noch mal ganz kurz auch noch das You-Portfolio an. Auch das You-Portfolio entwickelt sich gut. Und Vengar Total World Stock ETF übrigens werde ich weiterhin mal noch beibehalten. Vorerst, ich werde jetzt da nicht auf den Vengar Fuzzi All World switchen, auch bei You, sondern das werde ich so beibehalten. Für alle anderen, die jetzt neu bei You unterwegs sind, ist natürlich der Vengar Fuzzi All World eine vollkommen gute Alternative. Ich habe übrigens ein Video dazu, wo ich beide Vengar Fuzzi All World und Vengar Total World vergleiche. Hier verlinke ich euch gerne, dass ihr euch das anschauen könnt. Und ansonsten sieht das Portfolio immer noch sehr ähnlich aus. Einfach jetzt die neuen Positionen, die ich aufbaue von 3M und Intel, sollten in Zukunft immer größer werden. Wie schon gesagt, auch Meta habe ich noch in der Watchlist und einige andere Unternehmen habe ich in der Watchlist. Bei mir jetzt, das sind unter anderem Shopify, Suarose, Hasbro und Co. Philips auch noch. Und für alle, die jetzt auch hier jetzt bei You gerne ein Depot eröffnen wollen, gibt es natürlich auch hier in diesem Fall für euch eine coole Aktion. Mit dem Code YouSparCoyote könnt ihr nämlich 50 Franken Trading Credits euch sichern. Und wenn ihr 1000 Franken dann auch auf euer YouKonto einzahlt, kriegt ihr auch noch 500 Swisscoin. Macht das also gerne, wenn ihr noch keine Bank oder Broker habt. Oder ja, das Ganze halt auch mal ausprobieren wollt mit Sparplänen und Co. Denn wenn ihr ein Swissquote Depot bereits habt, könnt ihr mit wenigen Klicks bereits ein New Depot oder ein New Account eröffnen. Denn ihr habt den ganzen Compliance-Prozess mehr oder weniger schon bei Swissquote gemacht. Oder wenn ihr bei Postfinanzkunde seid, geht das tatsächlich ebenfalls auch. Also eine richtig, richtig schnelle Angelegenheit. Aber jetzt kommen wir doch ganz mal auch zum Thema Rohstoffe. Denn das finde ich auch nochmal ganz interessant. Und zwar habe ich mir ja diesen Monat auch wieder wie immer eine Unze geholt. Und zwar habe ich mir ja diesen Monat eine Maple Leaf geholt. Da habt ihr vielleicht auch das Gold-Video gesehen, wo ich euch auch live gezeigt habe, wie ich das Gold gekauft habe. Und auch nach Interesse von euch gefragt habe, ob euch interessieren würde, mal das Ganze etwas mehr zu dokumentieren, zu durchleuchten. Wie geht physischer Goldkauf? Wie kann man das dann mit der Lagerung auch wirklich machen? So ein bisschen Behind-the-Scenes, dass ihr mal auch so wirklich seht, wie das funktioniert und was da auch mit Kosten verbunden sind und Co. Und neuerdings eben schon seit einigen Monaten auch das Filoro Gold-Abo, welches ich habe, wo ich 125 Franken monatlich sozusagen bespare. Da ist jetzt schon die dritte Sparplanquote durch. Die muss ich dann noch nachtragen für den Monat November kommt die dann allenfalls erst. Und damit, wenn ich 125 Franken per Sparplan Dollar-Cost-Average in Gold, sollte ich nochmal auf eine zusätzliche Unze pro Jahr kommen. Was wiederum bedeutet, 12 Monate mal eine Unze sind 12 plus eben diese zusätzliche Unze über das Gold-Abo. Sind dann 13 Unzen ungefähr, die ich monatlich, jährlich investiere. Das ist schon eine ganze Menge. 13 Unzen Gold, das ist ja ungefähr ein Drittel Kilo oder so oder 400 Gramm. Das heißt, innerhalb von zweieinhalb Jahren sollte ich jeweils immer ein Kilo Gold dann gekauft haben. Wenn das bei dieser selben Quote bleibt und ich nicht irgendwie sage, okay, ich habe jetzt genug Gold oder das reicht jetzt erstmal vorher. Oder ich reduziere und kaufe nur noch alle zwei Monate eine Gold-Unze. Das kommt super drauf an. Da bin ich etwas gerade noch am Rehagieren, Überlegen. Und was ich gerade auch sehr stark überlege ist, wie schaut es mit Silber aus? Will ich Silber physisch in meinem Portfolio haben? Wenn ja, in welcher Form, Münze, Barren, welche Stückelungen und so weiter? Das überlege ich mir gerade sehr schwer, denn Silber ist einfach das große Problem. Wir haben dort Mehrwertsteuern, die darauf anfallen, aber natürlich auch der entsprechende Spotpreis. Die Differenz zwischen dem Spotpreis, das ist der börsengehandelte Preis und halt der jeweiligen Münzen oder Barren, ist halt schon sehr krass der Abstand. Teilweise 10, 20, 30 Prozent Abstand vom Spotpreis und das ist halt schon wirklich sehr happig. Das muss man erstmal wieder reinholen, wenn man überhaupt dann nachher Rendite machen will. Weil verkaufen tut man in der Regel meistens halt für den Spotpreis und das ist halt schon sehr happig an der Stelle. Aktuell ist halt auch einiges, muss ich zugeben, auf dem Verrechnungskonto. Wir haben hier 3.000 Franken beim Syscode-Verrechnungskonto, dann 1.300 Franken beim Flowbank-Verrechnungskonto und dann noch verteilt über einige Währungsverrechnungskonten, dann insgesamt irgendwie dann cashmäßig als Position knapp 8.000, 7.000, 8.000 Franken umgerechnet. Also auch da bin ich auf jeden Fall ready, um wieder weitere oder zusätzliche Käufe über die kommenden Monate noch bis Ende des Jahres zu machen. Das kommt ja auch noch über die nächsten zwei Monate auch noch ordentlich Geld aufs Portfolio und ins Investmentportfolio insgesamt. Also auch da bin ich schon gespannt, wie ich denn das Jahr denn beenden werde. So, Diagrammentwicklung möchte ich euch auch einfach mal grundsätzlich zeigen, weil es jetzt gerade aktuell sehr spannend ist, dass man hier die ganzen Spikes die ganze Zeit sieht. Hier sieht man jetzt relativ gut, seit 2000 oder Ende 2021, Anfang 2022, sieht man, wie das eine seitwärts- oder leicht-nach-unten-Bewegung ist. Und wir sehen jetzt hier auch diese ganze W-Linie. Ich bin jetzt hier absolut kein Charty- oder technischer Analyse-Fan und Co., aber ich finde es schon super spannend, wie ich Geld investiere, aber einfach nicht vom Fleck kommen. Und es geht vielen wahrscheinlich von euch auch sehr ähnlich, aber davon lasse ich mich nicht abhalten, regelmäßig zu investieren, weil irgendwann, ob das jetzt im November, im Dezember oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ist, wird es diesen Rebound-Effekt geben, ähnlich wie auch während der Pandemie. Und wenn dieser Rebound-Effekt eintrifft, wie dieser Gummiband-Effekt, dann prophezeie ich euch, dann denke ich auch sehr schwer bei meinem diversifizierten Portfolio, dass das auch relativ schnell wieder sehr große grüne Zahlen abwerfen wird. Und es würde mich nicht wundern, es würde mich nicht wundern, wenn jetzt dieser Bärenmarkt die kommenden ein bis zwei Jahre noch da wäre, also wirklich ein sehr, sehr langer Bärenmarkt wäre, statistisch gesehen ein längerer Bärenmarkt wäre als andere Bärenmärkte. Da kann ich euch sagen, dass es auf einmal dann einfach sein kann, dass das Investmentportfolio von irgendwie, ich sage jetzt mal 4, 5, 6, 700.000, dann automatisch auf die siebenstellige Marke dann einfach explodiert, sobald der Bärenmarkt vorbei ist und wir in den nächsten Bullenmarkt einsteigen werden. Und der wird irgendwann kommen, man weiß einfach nur nicht wann, darum, da bin ich schon sehr gespannt und dann können wir gerne auch wieder auf diese Videos zurückschauen und zurückreferenzieren, was ich hier gesagt habe, denn das ist ja online und man kann das dann auch immer wieder angucken und ich kann dann den Timestamp hier auf YouTube auf jeden Fall nicht faken, auch wenn einige Leute denken, dass das gehen würde, aber das geht halt irgendwie nicht an der Stelle. Aber ja, genau und dann natürlich möchte ich euch den Cashflow nicht vorenthalten, denn mein Portfolio, und da habe ich ja auch ein Video dazu gemacht, schüttet ja an Dividende jährlich fast 12.000 brutto pro Jahr aus, das sind fast 1.000 Franken pro Monat brutto Dividende im Durchschnitt und aktuell im Monat Oktober haben wir satte, und da sage ich das gerne nochmal, wenn ich Erträge anklicke, das sind nämlich Dividenden und Zinsen, 801 Franken und 92 Rappen im Oktober. Und das ist halt schon sehr, sehr, sehr eine geschmeidige Summe. Und ja, da bin ich super froh drüber, da habe ich richtig, richtig, richtig Bock drauf. Auch 800 Franken passives Einkommen, 800 Franken passives Einkommen, um das auch mal in Relation zu setzen. Ich habe mir hier diesen Monat ein iPhone 13 Pro Max geholt. Aus der Community habe ich mir das gebraucht gekauft, das hat mich 850 Franken gekostet. Nochmal Gruß hier, vielen Dank für das Verkaufen vom iPhone, was du nicht mehr gebraucht hast. Ja, das hat mir fast mehr oder weniger mein gesamtes passives Einkommen, was ich netto erhalten habe, mehr oder weniger finanziert. Also kann ich mich nicht drüber beklagen, mehr oder weniger eigentlich dieses iPhone praktisch kostenlos, in Anführungszeichen, durch die Rendite von meinem Portfolio finanziert bekommen. Aber in Realität habe ich natürlich dieses Geld wieder reinvestiert, das ist auf den Verrechnungskonten, habe nicht genau dieses Geld genommen, um mir dieses iPhone entsprechend zu kaufen. Also Dividenden entwickeln sich relativ gut, bin ich sehr zufrieden. Und auch akkumuliert sind wir gerade aktuell bei 8762 Franken, also fast 9000 Franken. Bis Ende des Jahres rechne ich mit netto, also wenn es richtig gut kommt, mit Dividenden und Zinsen von ungefähr 11.000 bis 12.000 plus minus, inklusive der Steuerrückerstattung, was netto an passives Einkommen durch Dividenden und Zinsen von 1.000 Franken pro Monat im Durchschnitt wäre für das Jahr 2022. Und das ist auf jeden Fall eine absolute Hausnummer. Und dann kann man sogar sagen, wenn man den Schnitt nimmt, konnte ich mir dieses iPhone locker leisten und nochmal 150 Franken. Und diese 150 Franken sind praktisch alle meine Abos, die ich habe, plus nochmal ein paar Pizzen oben drauf. Also not bad an dieser Stelle. Nicht schlecht, der schlecht. Übrigens auch, wenn ich meine Miete nehmen würde oder meinen Anteil von der Miete, die Hälfte, wäre das sogar mehr oder weniger. Ich lebe sozusagen durch meine Dividenden, finanzieren mir meine Miete, plus nochmal 100 Franken, irgendwas, was ich gerne kaufen oder wollen würde. Also wow. Einfach nur wow an dieser Stelle. Ich hätte niemals gedacht, ich habe vor 8 Jahren mittlerweile mit 145 Franken 30 an Dividenden und Zinsen gestartet in einem gesamten Jahr. Und wie sich das über die Jahre entwickelt hat, ist natürlich wow. Einfach nur, ja, sehr, sehr, sehr geschmeidig. Akkumuliert habe ich, und das finde ich auch sehr krass, bisher 30.892 Franken an Dividenden und Zinsen erhalten. Und das ist auch eine gute Hausnummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch nicht selbstverständlich, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie das eben in den kommenden Jahren so sein wird. Irgendwann steht da vielleicht dann 100.000 akkumuliert und dann auch monatlich irgendwie, keine Ahnung, 2.000 im Schnitt oder 3.000 im Schnitt. Who knows? Also da ist natürlich der Trend ganz klar erkennbar, dass sich hier auf jeden Fall, nicht nur, wenn man die Aktienkurse anschaut, aber wenn man den Cashflow anguckt, der Cashflow wächst über die Jahre, egal gerade was passiert. Und das ist natürlich auch wiederum motivierend für mich auch als Privatinvestor. Ja, das war jetzt mehr oder weniger das gesamte Portfolio-Update vom Monat Oktober. Wie schon erwähnt, wenn ihr auch mal Early Sneak Peaks wollt, checkt gerne mal auch den Blog, einfach sparkurte.ch, denn da kommt auch nochmal viel. Da kommen regelmäßig Blog-Beiträge, alle 2-3 Tage kommen Blog-Beiträge regelmäßig. Könnt ihr dort auch alles gerne abchecken oder eben auch euch für den Newsletter einloggen, entsprechend respektive euch anmelden. Warum vielen Dank für euren Support, lieben Dank fürs Abonnieren, fürs Glocke betätigen, ja. Und auch an alle, die jetzt immer, wenn das Depot-Update online geht, um 9 Uhr morgens schon direkt am Morgen dabei sind und dann auch noch einen Kommentar hinterlassen. Ihr seid einfach die geilsten. Vielen Dank für euren Support und ich hoffe, wir können hier gemeinsam als Privatinvestoren und allgemein auch Investoren hier an der Börse in Aktien, ETFs und Co. gemeinsam voneinander lernen und auch insgesamt natürlich hier durch diese Krise marschieren, durch diese Krise kommen und gestärkt davon rausgehen und Weitervermögen langfristig aufbauen und nicht eben immer nur kurzfristige Trades zu machen, sondern wirklich auch langfristig richtig Vermögen aufzubauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Stay healthy. Get wealthy. Stay healthy.